Hallo, hallo! Hallo, ich bin Rolli und heute Essen und Trinken. Na, wie geht's? Ich gehe einkaufen. Ich habe eine Liste von Tante Liesbeth. Sechs Äpfel. Eins, zwei, drei, vier, fünf und sechs. Kartoffeln. Ah, Kartoffeln. So, Brot. Wo ist das Brot? Ah. Jessica König? Hallo Jessica, hier ist Miriam. Alles klar? Ja, ja. Und wie geht's dir? Na, mir geht's gut. Was machst du heute? Ach, nichts. Kommst du mit zu McDonalds? Au, ja. Super Idee. Toll. Treffen wir uns um eins? Ja, ja. Guten Morgen. Guten Morgen. Was möchtest du? 200 Gramm Leberwurst, bitte. Und welche? Grob oder fein? Die grobe, bitte. Und wie viel? 200 Gramm. Da noch was? Nein, danke. Bitteschön. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Oh, ich habe wahnsinnig Hunger. Du auch? Oh, ich auch. Was willst du essen? Ich nehme einen Big Mac, eine große Portion Pommes und einen Milchshake. Und du? Ich nehme einen Fisch-Mac, eine Portion Pommes und eine Cola. Guten Tag. Guten Tag. Was möchtest du? Ich möchte bitte einen Fisch-Mac und eine Portion Pommes. Und was zu trinken? Eine kleine Cola, bitte. Das macht dann 7,20 Mark. Guten Tag. Bitteschön. Ich möchte bitte einen Big Mac und eine Portion Pommes. Ein Getränk dazu? Ja, ein Milchshake Vanille, bitte. Das macht dann 9,15 Mark bitte. 29 Mark und 30. Ja, bitte. 10,30. Dankeschön. Danke. Danke. Das schmeckt gut. Ja, finde ich auch. Vielen Dank, Thomas. Hast du Hunger? Nö. Magst du ein Eis? Eis? Na klar. Komm, dann gehen wir ins Café Möhring. So, wie find's? Dann couchen wir. Auf jeden Fall. Schau. Wie ist das? Und déminstone? Big Mac. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Ach, was nehm ich denn? Das sieht alles so gut aus. Käse Wildbeer, Carola-Torte. Ach ja, ich nehme die Tivoli-Torte. Eine Tivoli, ja? Gerne. Bitte schön. Danke sehr. Schönen guten Tag. Bitte schön. Ein Glas Tee, bitte. Mit Zitrone? Ja, mit Zitrone und ein Stück Kuchen, bitte. Danke. Mit Sahne? Nein, ohne Sahne, danke. Und für dich bitte? Ich nehme ein... Oder... Ich nehme ein Banansblut. Was kostet das? 12,50 Mark. Du lieber Gott. Na gut. Danke schön. Eine Tee mit Zitrone. Eine Tivoli-Torte. Und ein Bananensblut. Guten Appetit. Super. Und jetzt... Und jetzt... Rolli und Rita! Essen Sie Vita-Kekse. Sie sind köstlich. Njam, 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 njam. Ich habe Hunger. Ich auch. Eier. Milch. Mehl. Salz. Magst du Pfannkuchen? Ja. Gut. Dann machen wir Pfannkuchen. Mehl. Butter. Da. Oh. Sahne. Oh. Mh. Oh. Oh, oh. Rolli! Oh je. Philipp, was isst du am liebsten? Nutella, Nudel und Reis. Am liebsten esse ich Pizza. Ich esse am liebsten Fleisch. Ich esse gerne Leberwurst. Was essen Sie am liebsten? Ich esse am liebsten Spaghetti und Pizza. Ich esse am liebsten Schnitzel. Kuchen. Ich esse am liebsten Eis mit Sahne. Was essen Sie am liebsten? Oh, ich esse alles gerne. Was trinkst du am liebsten? Mineralwasser. Ich trinke am liebsten Saft, Fanta, Milch. Was trinkst du am liebsten? Am liebsten trinke ich Cola. Orangensaft. Was trinken Sie am liebsten? Am liebsten Orangensaft. Apfelsaft. Cappuccino. Bier. Wein. Was trinken Sie am liebsten? Auch nichts Besonderes. Oh, schau mal, da ist ein schöner Stand. Du holst die Gurken, du die Eisbergsalat und du die Petersilie. Hier ist ein guter türkischer Markt in Berlin. Die Mädchen wollen etwas kochen. Wie liegt das? Das ist 2,5. Jetzt gehen wir in die Küche, um Börek und Salat zu machen. Mh, Börek und Salat. Hallo. Willkommen in unserer Schulküche. Heute machen wir türkisches Börek und Salat. Um Börek zu machen, braucht man Teig. Den Teig macht man aus Mehl, Wasser, Milch, Eiern, Hefe, Butter und Salz. Alles zusammen in die Schüssel, dann kneten. Fertig. Jetzt ausrollen. Ausrollen? Käse und Petersilie dazutun. Käse und Petersilie dazutun. Zuklappen. In den Ofen. 15 Minuten. Fertig. Ich mache den Salat. Ich brauche Petersilie, Tomaten, Zwiebeln, Zitronen, Gurken, Olivenöl und Eisbergsalat. Man schneidet alles. Guten Appetit. Einmal Eis, bitte. Was kostet das? Eine Mark und Elf, wenn ich, eine Mark und Elf, wenn ich, eine Mark und Elf, wenn ich. Zweimal Eis, bitte. Was kostet das? Zwei Mark, zweiundzwanzig. Zwei Mark, zweiundzwanzig. Drei Mark, dreiundzwanzig. Zwei Mark, dreiundzwanzig. Drei Mal Eis, bitte. Was kostet das? Drei Mark, dreiunddreißig. Vier Mark, vierundzwanzig. Eins, zwei, drei Mal. Eins, zwei, drei Mal. Eis, bitte. Vier, fünf Mal. Fünf, sechs Mal. Eis, bitte. Zwei Mark, dreiundzwanzig. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018